Hallo und herzlich willkommen hier zu der Alpha von Call of Duty Vanguard. Mit dabei ist der Zwillingshaberer Ending. Schauen sich beide ziemlich ähnlich. Achso, ich habe andere Charakter sogar dafür. Also ist ein anderer. Ah ja, stimmt. Na ich aber. Ich habe eine Frau und einen Mann und einen Schwarzen. Sie schauen sich gar nicht ähnlich. Die zwei Typen schauen sich ähnlich da nebeneinander. Ich habe aber keine zwei Typen. Ich habe eine Frau und einen Schwarzen. Okay, bei mir bist du als Weißer abgebildet. Egal. Du hast da schon reingesuchtet. Was ist bis jetzt dein Resümee? Der Modus ist gut. Aber der Rest hat mich jetzt noch nicht überzeugt. Es gibt schon einen Rest. Naja, von Waffen. Waffenstärke, Map. Und diesen Requisiten, wo man durchschießen kann. Das habe ich jetzt nicht so überzeugt bis jetzt. Okay. Der Modus ist nicht so gut. Auch grafisch finde ich es jetzt nicht so wow. Wow. Ich hole mir noch. Schöner. Willkommen bei Champion Hill, Freunde. Das Team hat jede Menge Leben übrig. Wenn wir alle Leben verlieren, sind wir erledigt. Das letzte verbleibende Team gewinnt. Ausrüstung an den Vorratsstationen. So, ich bin zur Kaufrunde, da kannst du wieder kaufen. Waffen. Gegner ausseiten, Geld kassieren. Kinderspiel. Unterstützung, okay. Man kann auch das Geld von unten aufnehmen. Granaten, Spionageflugzeug, Extras, oder so wie Geist und sowas. Gibt es alle vier Runden mit seiner Dings. Eine Kaufrunde. Jetzt wird uns dann garantiert ein Team zugelost, gegen das wir spielen. Und dann spielen wir 30 Sekunden lang gegen dieses Team. 30 Sekunden? 30 Sekunden. Noch 10 Sekunden jetzt zum Start. Das heißt, in diesem Kreis hier spielen wir? Nein, es gibt vier Rennen. Die sind rund um diesen Kreis. Okay. Willkommen bei Champion Hill. Alle anderen Teams müssen besiegt werden. Genau, die Spieler lassen Geld fallen, Munition fallen. Wenn sie ganz ausgeschaltet sind, lassen sie sogar ihre Waffen fallen. Und irgendwo in der Mitte, am meisten, gibt es ein extra Leben. Aber wie meinst du ganz ausgeschaltet? Der war ja das Ganze, oder? Verbrauchen wir jetzt diese 12 Leben? Genau, wenn du die 12 Leben verbraucht hast, bist du ausgeschieden. Okay. Wir haben jetzt noch 12, wir haben jetzt noch 9. Aber wir sind ein paar Mal geführt. Wir haben nicht mehr 12. Einen Schritt zurück, zwei Schritte vorwärts. Noch 10 Sekunden. Jawohl, wir holen uns ihre Leben. Wenn du gewinnst, kriegst du Geld. Aber mit denen kannst du dann da draußen wieder Munition... Kannst du dann in der Kaufwunde wieder Munition... Also Munition nicht, aber so Rüstung, Spionage, Flugzeug. Und mit Pfeil, dass du nach rechts kannst du mit deiner Waffen verbessern. Habe ich gesehen im Menü schon, ja. Achso, das kann ich mit dem Spiel auch, okay. Ich seh gerade einen. Dann flugzeug. Scheiße. Bei welchen? Links von uns. Vorsicht, es sind weniger als 10 Leben übrig. Da sind die ganzen Holzwände da. Schau. Ach, ich hab's da hinten. Da ist so ein Turm. Da kannst du durchschießen. Ja, George wurde weggeputzt. Ah, okay. Hörst du, das ist die Zerstörung, was ich meine, Battlefield-mäßig. Ja, ja. Genau das ist es. Oh ja, Holzturm. Vorsicht, es sind weniger als 10 Leben übrig. Scheiße. Der Feind hat unsere Leben geklaut. Jetzt ist ein paar Minuten quasi schon draußen. Mhm. Vorsicht, es sind weniger als 10 Leben übrig. Ich bin schon aufs Vorlinken. Oh ja. Nur noch 4 Leben übrig. Oh, die geben sie uns. Noch 10 Sekunden. Noch 2 Leben. Vorsicht jetzt. Ein Leben ist noch übrig. Los jetzt. Der Feind hat unsere Leben geklaut. Vorräte aufstocken. Ich glaube, ich kaufe uns gleich Leben, weil sonst... Okay, wir nehmen 3.000. Noch 10 Sekunden. Durchhalten. Also, da kann man auch Leben bekaufen. Ja, aber ich muss das 3.000 annehmen. Das ist viel. Das ist die letzte Hoffnung da draußen. Team Fox ist erledigt. Nur noch 6 Teams übrig. Beide. Das ist viel. Beide. Unser Team wurde eliminiert. Durch, acht mal und wieder raus da. Ach so, das heißt, die Leben fühlen sich von Runde zu Runde nicht so auf, aber wir spielen, soweit man kommt. Nein, wir spielen so an. Ah, okay. Bis der letzte 휴대ist. Verstehe. Du hast alle zwölf Leben. Die kannst du quasi pro Mail gibt es dann extra Leben, das kannst du dir einsammeln. Du kannst dir eben Leben kaufen, aber sonst, was du verlierst, verlierst du. Okay. Okay. Ah, jetzt sind wir eine Zwillingsschwester. Ja, jetzt kommen wir auf. Okay, das heißt, man sollte eigentlich nicht so viel in Ausrüstung stecken, sondern eher ein Leben kaufen mit dem Geld. Es kommt drauf an, wie weit bist du. Je mehr du gewinnst und desto mehr du einsam bist und desto mehr Kiezen machst, desto mehr Geld hast du. Mhm. Wir hatten alles notwendige an Kursch, wasenvoll, wir haben uns voll Leben gekauft, das letzte und da verloren. Ausrüstung an den Vorratsstationen besagen. Durch das Ausschalten von Feinden gibt es mehr Geld. Man kann auch das Geld vom Boden aufnehmen. Wir haben uns jetzt ein Spionage-Futio gekauft. Mhm. Jetzt hören wir dann die Leute rein von Anfang an. Na ja, das ist gut. Noch 10 Sekunden bis zum Start. Grüß dich. Blue. Willkommen bei Champion Hill. Alle anderen Teams müssen besiegt werden. Oh, Alter. Jetzt hab ich mal ein Bild, was die Punkte ganz normales angegriffen hat. Gut. Vorsicht, es sind weniger als 10 Leben übrig. Jawohl. Wir holen uns ihre Leben. Jawohl. Wir holen uns ihre Leben. Das heißt, es zählt hier der Sieg, aber es zählt auch, wieviel Leben wir hier verbraucht haben. Neues Spiel, neues Team, neue Schanzen. Klar, ja. Wenn Sie Sieg kriegen, soll Geld. Das Geld kannst du. Kannst du halt wieder gut nutzen. Ja. Das ist unser nächster Leben. Genau, das ist unser nächster Leben. Und wir sind zwei. Boah. Ja. Bin dort. Habe eine. Unsere Heckschotten sind eben auch mehr. Gell zum Beispiel. Das sind wieder zwei da hinten. Ich seh den nicht da. Alles betont. Weiter. Wir haben 5 Leben übrig! Wow! Noch 10 Sekunden! So, bei mir weiter. Ich war zu spät. Ja, der hat den wir nie geholt. Der hat mich auch geholt. Ah ok, sorry. Steppe, das können wir sowas ausbauen. Alter, wo hat der mich jetzt gesehen? Alter. Das sind Kämpfer. Noch 2 Leben! Vorsicht jetzt! Vorsicht, dabei noch! Ein Leben ist noch müde! Los jetzt! Nein! Team Charlie ist ausgezählt! Unser Team wurde eliminiert! Durchatmen und wieder raus! Noch 10 Sekunden! Das ist ein hektischer Modus, wo man aber auch taktisch vorgehen muss. Nee, sie ist gar nicht! Das ist vorweg, ich finde ich nicht. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ist es besser zu campen? Oder zu stürmen? Oder zu stürmen? Oder ein Mischung aus beiden oder so? Zu stürmen! Aber du musst halt aufpassen, dass die nicht campen. Aber dann stürmen ist halt immer besser. Aber wenn du campst, und dann erkennt dich von hinten weg, kannst du dann eben verloren. Mhm. Dann musst du ein Mischung. Das ist wie war so. Trotzdem rennen, aber halt aufpassen. Wie dieser 2 gegen 2 Modus quasi. Ist das. Nur in 30 Sekunden. Weil desto mehr Kielst du machst, desto mehr Geld hast du. Mhm. Desto weniger Leben haben die anderen auch wieder. Das hast du schade als ein Gegner halt ziemlich stark. Ja. Wir haben gestern sogar geschafft, in einer Runde ein ganzes Team gleich in der ersten Runde auszulöschen. 30 Sekunden. Krass. So viel reden, was du hier und zusammenspielen halt auch. Ja. Willkommen bei Champion Hill, Freunde. Das Team hat jede Menge Leben übrig. Wenn wir alle Leben verlieren, sind wir erledigt. Das letzte verbleibende Team gewinnt. Ausrüstung an den Vorratsstationen besagen. Durch das Ausschalten von Feinden gibt es mehr Geld. Die hab ich auch nicht. Ich hab bis in 3 Hunde gespielt. Dass ich nicht mehr Mäben besiegt. So dass es noch nicht so viel gespielt. Nein, gestern 3 Hunde nicht umlegt. Dann haben wir was anspielt. Ah ok. Dann haben wir auch nur was anspielt. Wie gesagt, es ist ziemlich nicht so was, oder? Dass ich halt das suchte jetzt. Mhm. Noch 10 Sekunden bis zum Start. Die eine Arena ist ungroß, die andere ist wieder unklar, finde ich. Ja. Zum Beispiel auf der A-Map. Wir wollen da drei Leute spielen. Hm. Auf der A. Wir wollen da drei Leute spielen. Kann man nicht sogar zu viert spielen. Alle anderen Teams müssen besiegt werden. Maximal. Anna ist in der Mitte. Da. Oh, da wird ein zweiter gleich. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Anders rechts drin. Alter. Mann. 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 Der schickt ja nichts. Du darfst auch nicht nach Schirte gehen. Er hat nichts. Okay, bei Unentschieden wird man... Ah nein, wird man nicht eliminiert. Nein. Also plötzlich, man wird nicht eliminiert, sondern man spielt zu einer Film der Leben erhält. Genau. Ich will schon, wie das halt ist. Da war nächster Link. Genau, das ist immer an der Samenstelle. Also in der Mitte bei der Mark, glaube ich. Wenn man es kann. Ja. Ich seh da überhaupt keinen, leider. Hinter den Reifenstocken. Haben? Stark. Ich hab da Schlitterladen. Noch 10 Sekunden. Oh. Jetzt hat er mich geholt. Von hinten. Jawohl. Wir holen uns ihre Leben. und so weiteriht. Weil wir das ganze Zeit machen. Ich hab da. Das war's. Ich bin der Blatt. Oh! Ich bin der Draf Encoun. Oh! Ich bin der Drüben. Ich bin der Drüben, ein bisschen. Haben? Okay, da hab ich auch einen. Sicher das Bombenflicken. Und das Bomben. Ja, links. Hauptbader. Stark. Noch 10 Sekunden. Bei denen versteh ich halt nichts. Die haben halt ne Elf Leber. Wie haben die das geschafft? Ja. Jawohl, wir holen uns ihre Leber. Frag 5 Minuten lang? Ja. Frag ich mich schon mal lang. An einer Vorratsstation vorbeischauen. Kaufen wir uns dann gleich Leben, oder? Also ich würde nicht Leben kaufen. Extras kaufen. Alarmieren ist halt zum Beispiel sehr, sehr nützlich. Okay. Noch 10 Sekunden auf der Uhr. Er seht das anhecken, gell? An einem hinten alles. Lass das so siehst. Vorher wollen wir die Feinde auf sich schießen. Ach so. Okay. Siehst du wie ein Wurst und die hier die Gadgets? Ja, so wie. Immer schon Anamid. Anamid gibt's schon. Immer. Okay. Zwei von rechts. Boah. Einen an hab ich. Er hat mich auch. Team Helmel wurde ausgeschaltet. Vorsicht, es sind weniger als 10 Leben übrig. Auch von rechts und links. Wollen wir mal damit jetzt? Abann. Vorsicht, es sind weniger als 10 Leben übrig. Und noch an. Geht's nicht? Na, wo ist die? Oh, ja. Anna ist noch dort hinten. Noch 10 Sekunden. Nein. Jawohl. Wir holen uns ihre Leben. Ich muss nicht weg. Die könnten wir jetzt auch schlüpfen quasi. Mhm. Hast du dich extra neben kurz? Nein. Und ich bin im Stamm. Nur noch vier Leben übrig! Kommen wir in der Mitte an? Was ist denn da jetzt hin? Team Easy ist ausgeschaltet. Nur noch sechs Teams übrig. Oh, der kommt von da drinnen. Oh, hab einen ganz hinten. Noch zehn Sekunden. Schade, das muss ein sechster Leben dann auf der neuen Kargewehr holen. Mhm. Das ist da links irgendwo am Turm. Da links ist ein Turm. Haps. Nice. Die Gegner sind ganz drüben auf der anderen Seite. Einer. Hinter mein Kargewehr. Jetzt hinterm Turm. Ja. Im Haus. Links. Zu spät. Das war wieder so. Sorry, ja. Ja. Noch zwei Leben. Vorsicht jetzt. Ein Leben ist noch übrig. Los jetzt. Oh nein. Noch zehn Sekunden. Nein. Team George wurde weggeputzt. Der Feind hat unsere Leben geklaut. Dann du Leben. Das heißt, wir sind gleich weg. Jetzt haben wir noch eins. Jetzt will ich mal Leben kaufen. Eindecken, solange es geht. Wo kann man da Leben kaufen? Das habe ich noch nicht gefunden. Okay, da. Bei Unterstützung. Aber ich kann das nicht kaufen. Hat zu wenig. Oh, da. Bei Unterstützung. Nur zehn Sekunden übrig. Ah, da. Ja. Hast du jetzt keins kaufen, oder? Ja. Ich habe auch keins kaufen können. Ah, okay. Sonst hätte ich Jens gekauft. Ja, wahrscheinlich. Ich habe mich gezwungen zu campen. Ich habe mich gezwungen zu campen. Ich habe mich geschaut gegen wen wir spielen. Anders links? In dem Haus? Oh, das ist ja nicht. Ich hole das nicht. Oh, das ist ja nicht. Ein Leben ist noch übrig. Los jetzt. Außer dir ist keiner mehr da. Das Team zählt auf dich. Bist du auch gestorben? Nein. Aber fast. Ich habe wieder eine Deckung. Versuch. Das ist so runter zu spülen. Der kommt rechts. Noch zehn Sekunden. Okay, ganz offen dann. Jawohl. Wir holen uns ihr Leben. Oh. Das war jetzt knapp. Oh. 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 Du bist der letzte auf den Beinen. Es ist an dir, Soldat. Oh. 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 Hilf. Naja. Das war dumm vielleicht. also ein ganzes wochen da kann man das wirklich nicht suchen es ist so lehrer ist halt einfach was lehrst du kannst du das ist halt nur ein modus was man wenn das wirklich so irgendwas was belohnen gibt oder das fehler noch was genau dieser modus ist nicht so wow wie dieser 2 gegen 2 in cold war weißt du ich mein also da finde ich den besser zum beispiel ja ich finde die dahinter viel besser ist das war jetzt hier kannst du quasi wenn du eine scheiß runde hast bist du nur draußen da müssen warten kalt in die map nicht bist du draußen hier kannst du dir immer zurückholen quasi aber ich finde es ist jetzt inzwischen durch ist es cool aber es ist nicht so dass ich das team übrig wenn wir das letzte verbleibende team gewinnt ausrüstung an den vorratsstationen besagen gegner ausschalten geld kassieren kinderspiel man kann in der ersten runde braucht man sich eigentlich gar nichts holen oder es kommt auch an wenn man hat schon eine waffe ich habe also ein piece kommst du gar nicht weit ist mir offen ok sehr gut ich habe jetzt nämlich gerade eine noch zehn sekunden bis zum start ob man das muss ja vor dass die waffen näher an mann quasi willkommen bei champion hill alle anderen teams müssen besiegt werden nein jetzt wird jetzt das leben und das war auch gut staub abklopfen und wieder raus da ok einer ist im eck gleich oder im eck raus Boah, da war er, im Gang. Noch 10 Sekunden! Vorsicht, es sind weniger als 10 Läden möglich! Jawohl, wir holen uns ihre Läden! Sie leben einfach mal alleine. Neues Spiel, neues Team, neue Schatz! Ich hab einen! Sehr steil. Ich hab das Leben geholfen. Hinten bei uns im Spawn ist er. Einer, zumindest. Einer hab ich da. Einer hat mich, der kommt aus dem Spiel. Haben! Ja, mich leider auch. Vorsicht, es sind weniger als 10 Läden übrig! Noch 10 Sekunden! Haben! Fuck! Jawohl, wir holen uns ihre Läden! Gute Ahnung! Ja, und wie ist euer Eindruck bis jetzt? Wie du sagst, den ganzen Abend, glaub ich, kann man den nicht spielen, nur den einen Modus. Weißt du, wenn man dann vielleicht wieder Levering kann und es vielleicht mal mehr viel von Belohnungen gibt und so? Am Turm ist er noch oben? Am Turm ist der Turm? Oder erhoben, oder? STG 44 ist auf jeden Fall mein Lieblingsverfahren. Welche? STG 44. Ja, das führe ich bis jetzt! Oh meinst du! Team Doc hatte schon bessere! Noch 10 Sekunden! Jawohl, wir holen uns ihre Leben! Stock! An einer Vorratsstation vorbeischauen! Die STG 44 sagst du? Ich kaufe ein Spionagefußzeug, oder? Noch 10 Sekunden! Durchhalten! Gut, grafisch weiß ich nicht, ob sich da viel ändert. Schau, Warn! Gut, Warn! Ah, die haben jetzt wieder Rissen. Links ist ein paar von Verlangen, den hole ich nicht. Oben am Turm, jetzt ist er runtergesprungen. Bei uns rechts. Links, der hat mich. Team Charlie ist ausgezählt! Nur noch 6 Teams übrig! Nein. Da war er. Hinten beim Auto bei uns. Vorsicht! Es sind weniger als 10 Leben übrig! Oh, rechts bis dahin. Ja. Noch 10 Sekunden! Wir haben 5 Leben übrig! Nein! Der Feind hat unsere Leben geklaut! Ist von der war schon, ne? Ja. So, es ist viel kostet. Ja. Also da bin ich echt auf die Beta gespannt, ob sie da was rausreißen können. Also die... Dich beeindruckt es jetzt auch nicht, oder? Mich beeindruckt es jetzt auch nicht, oder? Wir haben Team Hau platt gemacht! Wir sind hier fertig! Vertreten wir uns die Beine! Ja! Snapbar! Oh, die Snapbar! Wie viele Kiss hast du schon? Nein! Ja! Noch 10 Sekunden! Da siehst du, oben reicht sich was! Team Baker wurde eingesackt! Noch vier Teams! Es wird spannend! Jawohl! Wir holen uns ihre Leben! Oh, Alter! Warum? Oh, Alter! Null! Oh, Alter! Oh, Alter! Null! Ich renne zum Extraleben durch! Ja! Hab's! Oh, Alter! Oh, Alter! Ich spray rein, voll auf ihn! Nur noch vier Leben übrig! Hast du die Waffe schon hochgepipst? Noch nicht ganz, aber das kostet ja auch Geld! Wo wir dann vielleicht ein extra Leben hätten kaufen können! Oh, das glaub ich hier schon durchsteht! Noch 10 Sekunden! Bloß noch drei Leben, Mann! Eindecken, solange es geht! Andere und Nehmenkraft! Ich auch! Schatz! Plus noch zehn Sekunden! Und zum Beispiel, wenn du deine Waffe aufgewandt hast, machst du so wie mein jetzt Feuerschaden. Mhm. Dann gibst du nochmal Schaden nach. Ein bisschen ist da das Leben ohne Kaffee. Das ist wahr. Häuser. Aber wächst mit Feuerwehren. Schwach. Ich bin natürlich nicht. Team Abel wurde ausgeschaltet. Die spinnen alle oben. Bloß noch drei Leben, Mann. Mann. Witz. Noch zehn Sekunden. Ein Leben ist noch übrig. Los jetzt. Der Feind hat unsere Leben geklaut. das war es ja kämpfen ich decke rechts ab wenn er kommt ja auch gerade bei mir bei mir rechts einen habe ich zwar nicht noch zehn sekunden das ist die chance zum neu aus leider zu wenig ich kaufe unseren spionageflugzeug das ist jetzt komplette Panzerung das kannst du auch kaufen spionageflugzeug jetzt müssen wir uns hoffen wir müssen jetzt halt kämpfen ja eventuell gleich aufs extra leben gehen noch geist wird ja auch geist mit alarmiert ist gut hast du gesagt ich habe alle mit jetzt genommen alles hat effektiv mit ich wusste es ja habs habs habe ich das ist ist das ist das ist das Ich bin gespawnt, bin gar nicht fast weggekommen, Alter. Na gut, dritter Platz. Eins noch und dann wechseln wir. Okay. Was halt ist, ich bin heute ein bisschen müde, das heißt, ich würde wahrscheinlich nicht durchhalten bis FIFA bis 10. Okay. Also, entweder machen wir davor Schluss oder wir wechseln dann noch in Warsan oder so, eventuell. Also, einladen, wenn ich schlafe, oder beitreten. Ja, aber ein paar Stunden FIFA gehen, auf jeden Fall, Flo. Hm, mehr als sonst gehe ich heute, das sage ich mal. Nein, nein, nein... ok kannst du mal verlassen willkommen bei champion hill freunde das team hat jede menge leben übrig wenn wir alle leben verlieren sind wir erledigt das letzte verbleibende team gewinnt ausrüstung an den vorratsstationen besorgen gegner ausschalten geld kassieren kinderspiel oder es einfach vom boden aufheben auch zehn sekunden bis zum start Wenn es nicht der Gegenhalter ist, dann... Team Charlie ist ausgezählt! Aber klappt das wie sie nicht. Willkommen bei Champion Hill! Alle anderen Teams müssen besiegt werden! Dann ist das Lehm in der Mitte. Und zwei Gegner. Wieder da, wie? Gut! Weiter verarschen die uns? Nein. Ich sehe da keine Gegner. Noch 10 Sekunden! Du hast den Leben genommen. Jawohl! Wir holen uns ihre Leben! Krass! Neues Spiel! Neues Team! Neue Chancen! Dann gehe ich! Abblödsinn rechts! Sorry! Man muss einen Unterschied aufbauen, zwischen rechts und links! Diese Waffe kann man eigentlich fast zu einer Sniper umwandeln! Wo? Links! Äh, beim Flugzeug! Nach 10 Sekunden! Wo sieht man das? Unter der Waffe! Unter der Waffe! Habe ich einen Punkt! Also, ansonsten habe ich schon sechs! Schon auf jeder! Zwei Punkte! Okay! Aber ich traue mich nicht das Geld auszugeben, jetzt können wir doch die Gadgets auch umwandeln! Ja! In der vierten Runde! Ja! Und wo ist jetzt? Vorreiter aufstocken! Ich weiß nicht, dass meine Waffe stark genug ist! Gut, jetzt habe ich es aufgepimpt, jetzt kann ich nichts mehr kaufen! Hier! Ja! Gut, wir haben da eh noch eine Kaufrunde! Ja, stimmt! In der vierten! Das ist jetzt eine nicht geplante Runde! Mhm! Also, wir sind die Erste, aber noch keiner haben so lange ist! Das sind die Erste, aber noch keiner haben so lange ist! Also, wir dürfen sie überspringen, die Zweite! Ja! Die Qualt war aber die Bar! Und mir gefällt das Visier an, dann! Das Visier schaut eigentlich zu futuristisch aus, finde ich! Was denn? Ich bin doch gerade gegen eine... Noch 10 Sekunden! Also, man kann nicht ruhig schießen! Haha, nicht gerade! Wie im Haus! Außer Gefecht! Nur noch 6 Teams übrig! Fahrkrampf ihn! Toll! Das war ernst! An einer Vorratsstation vorbeischauen! Naja! Kann ich nichts kaufen! Kann ich nichts kaufen! Der will nur spielen! Auf 10 Sekunden! Durch! Auf 10 Sekunden! Durch! Das Visier schaut eigentlich fast aus wie das... Auf 10 Sekunden! Durch! Auf 10 Sekunden! Auf 10 Sekunden! Hinter uns! Alter! Da! Warum ist das so spät? Wenn man sie hört... Vorsicht! Es sind weniger als 10 Leben übrig! weiter schon wieder von hinten noch zehn sekunden ok rechts leben wo ist da der turm und dann nicht oft sterben ja nichts oft sterben vorsicht es sind weniger als zehn leben übrig trotzdem hätte mich die pistol aufgewertet noch zehn sekunden der feind hat unsere leben geklaut jetzt habe ich ihn fast hin also gesehen habe ich ihn fast gehabt wo ist die kunden mir hat das in ganz hinten ich denke immer nur an ich meine, es ist bei mir hilfreich Team Emil wurde ausgeschaltet bitte, links erst bei mir weiter, ok, jetzt war rechts auch einer noch 10 Sekunden wir haben 5 Leben übrig hör mal, dass wir da keine verliehen jetzt mehr der Feind hat unsere Leben geklaut das ist die Chance zum Neuausrüsten wir haben alle Hunden verloren bis jetzt zusätzliches Leben ist nicht drin ja, wenn wir alle Hunden verloren haben ja du musst dir lieber Waffe aufpimpen wenn das geht, oh Gott nur noch 10 Sekunden gut, dann schalten wir die aus rechts, du oder? ja ich weiß nicht von woher ich bin schon fast so drin ich sage das Stark! Hau an! Noch 10 Sekunden! Ich bin jetzt lieber im Deck und grün, bevor wir noch ein Leben verlieren. Oh, ey, da! Jetzt bin ich sicher, Krieg... Ja, leider richtig. Das ist halt zu offensiv schon wieder. Ja. Noch 2 Leben! Vorsicht jetzt! Einen hab ich. Das Leben haben sie sich geholt, oder? Ja. Ein Leben ist noch übrig! Los jetzt! Okay, ich bin auch zurück. Team Easy ist ausgeschaltet! Noch 4 Teams! Es wird noch 10 Sekunden! Nein, was? Wo? Der Feind hat unsere Leben geklaut! Nein! Das wird jetzt eine schware Partie! Okay, tun! Okay, ciao! Ja! Das Team wurde eliminiert! Durchatmen und wieder raus da! Ich dachte, du rennst halt zum Turm! Ja, ich hab mich jetzt verlaufen, irgendwie. Sorry. Na gut, war trotzdem... Jo, ganz nett! Sag ich mal! Nein! Schlecht ist er nicht! Ich hab ein bisschen reinkommen müssen, aber ja! Schlecht ist er nicht! Aber wie gesagt, den ganzen Abend glaube ich nicht! Dass wir das hier machen können! Aber, danke! Fürs Zuschauen für die Beta! Äh, Beta! Für die Alpha! Diejenigen, die jetzt nicht mehr weiter zuschauen wollen, macht es gut! Ciao und Baba!